Alles, was im Bereich Verkehrstechnik Rang und Namen hat, trifft sich alle zwei Jahre hier auf der Innotrans in Berlin. Mit knapp 3000 Ausstellern belegt sie alle 41 Hallen des Messegeländes und gilt als die internationalen Leitmesse der Branche. Die Vielfalt der Aussteller, dass alles rund um die Schiene hier vertreten ist. Das macht es sehr interessant. Sehr viel voller als vor zwei Jahren. Definitiv. Ich will mal ausloten, wie es aussieht mit einem neuen Job eventuell. Ich finde es sehr schön, dass wirklich alle möglichen Länder vertreten sind. Wir sind ein Breaksystem-Supplierer von China. Wir kommen hier und wollen die größte Technologie sehen. Ich habe festgestellt, dass viele D&D-Kopieren, habe ich jetzt gesehen. Wie Sie vielleicht hören, komme ich aus der Schweiz. Ja, genau. Es gibt viele gute Unternehmen, die wir lernen. Diese Zeit ist eine sehr gute Organisation. Ich mag es. Einzigartig ist das Gleis- und Freigelände mit über 3500 Metern Schienen. Hier ist vom Kesselwagen bis zum Hochgeschwindigkeitszug alles vertreten. Wir sind für Sie dabei mit den spannendsten Innovationen und Zukunftstrends. Mit Interviews und Filmbeiträgen. Ab sofort auf Messeblick TV.